So, da bin ich wieder mit einer kleinen Info. Ihr wisst ja, das Update war gerade eben. Ich bin dann endlich mal im Spiel drin und ich habe schon gesehen, derzeit, wo das Update halt noch am Hochladen war, dass einige sich dafür interessiert haben, wann denn die Arena-Punkte zurückgesetzt werden. Und ihr seht es links, offene Liga, alles wurde wieder resettet. Also da haben sie ihr Wort gehalten. Also wer jetzt wieder richtig schön reinschwitzen will in die Arena, es sind alle auf 0 Punkte. Ihr könnt euch mit den Besten der Besten erstmal messen, bis sich das alles wieder durchsortiert hat. Und es gibt noch viele weitere Erweiterungen. Es gab neue Emotes, neue Musik, es gab Gratis-Items. Also wer da ein bisschen sich informieren will, guckt einfach mal auf meinem Kanal rum, was ich heute schon so hochgeladen habe. Würde mich natürlich auch auf das Video hier für ein Like freuen. Und wenn du noch kein Abonnent bist, natürlich gerne ein Abo raushauen und euch viel Spaß, ihr Arena-Süchtigen. Viel Spaß beim Schwitzen, gerade bei den Temperaturen. Und in dem Sinne, haut rein!